Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem kurzen Zwischenvideo bei der Overwatch Playlist. Ich war jetzt gerade bei Overwatch Watchlist. Ja, die nächsten drei Videos, wenn ich das in der Playlist richtig einsortiert bekomme, sind meine drei Kommentarvideos. Die habe ich jetzt aus den inzwischen noch verfügbaren, ich muss mal ganz kurz, 40 Videos rausgesucht habe. Also 40 noch unbearbeitet, jetzt natürlich bloß noch 37, nachdem ich die drei für die Kommentare da schon entfernt habe. Die packe ich nacheinander. Das erste Kommentarvideo ist vom ersten Stream mit Seuchenmarine. Ich glaube, das war vom 2.6. müsste das gewesen sein. Wann waren die Videos? Ja, das müssen die vom 2.6. gewesen sein. Genauso wie das zweite Video. Und das dritte Video war jetzt so vom Stream gestern auf vom 9.6. Das ist das erste Mal, dass ich solche Kommentarvideos mache. Ich habe testweise beim allerersten Video das TS nur so weit stumm gemacht, dass die anderen mich nicht gehört haben. Und in den anderen beiden Videos habe ich auch die anderen, die im TS drinnen waren, auch stumm geschaltet, damit die mich nicht stören. Ich weiß noch nicht, wie es für euch interessanter ist, wie es für euch besser ist. Das müsste ich dann wissen für weitere Videos dieser Art. Weil, wenn wir wieder in großen Gruppen spielen, dann bleibt uns eh nichts anderes übrig, dass eventuell mal Leute auf der Ersatzbank sind und nur Zuschauer sind. Und die Momente nutzen dann zumindest Wellcry und ich und ich glaube eventuell auch Run, als er damit bei war, um halt dann mal so ein Video mit aufzunehmen und so ein bisschen die andere Sichtweise zu zeigen, so auf, man sieht alles. Gut, genug gelabert. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Videos. Ist mal ein bisschen was anderes als nur aus der Ich-Perspektive. Und wir sehen uns dann in den Aufnahmen. Also bis dann, euer China Taiga.